Hallo Forza-Freunde, hallo YouTube, mein Name ist Tom Thompson und willkommen zurück zu einer etwas anderen Folge, nenne ich es einfach mal, weil ihr habt nämlich schon ein bisschen abgestimmt und ich dachte mir mal, ich setze heute mal das um, was ich das letzte Mal eigentlich machen wollte, nämlich so ein bisschen Splitting. Heute bauen wir uns erstmal nur ein Auto auf, wir bauen uns heute den Ariel Atom auf, dieses kleine V8-Biest auf, weiß nicht was das Ding wiegt, 800 Kilo oder so, 700 Kilo, 600 Kilo, auf jeden Fall viel zu wenig für den großen Motor. So, doch wie immer, bevor wir damit anfangen, schauen wir erstmal ganz schnell in die Nachrichtenzentrale, was es denn da so Neues gibt, ich denke mal, der übliche Blabla-Graben, hier 300 Rennen ist er gefahren, 100 Rennen ist er gefahren, der virtuelle Kollege Parivalen, da haben wir auch wieder neue dazu, wer fährt denn da eigentlich, Empire, Schwertbier, okay, das sind die bekannten Gesichter, zumindest Schwertbier, der Name sagt mir auf jeden Fall etwas. Wir schauen auch mal in den Marktplatz rein, morgen am 6., bei mir ist aktuell der 5., da kommt wieder ein bisschen was Neues raus, nämlich das My Car Pack, was alles drin ist, es gibt Gerüchte, nichts genaues weiß man nicht, spätestens beim Review, später wirst du es hier auf diesem Kanal zu sehen bekommen. Gut, wir kaufen uns erstmal Auto, wie gesagt, ihr habt euch entschieden für den Aerial Atom, ich persönlich habe meine Stimme für den Radical abgegeben, schon um euch mal ein bisschen zu beeinflussen, noch ein bisschen mit hier. Ne, Quatsch, ihr könnt das ja, deswegen mache ich den ganzen Kram mehr, wir wollen das ja alles gemeinsam machen. Gut, der Aerial Atom wird mit A geschrieben, demzufolge wählen wir über dieses luxuriöse Kachelsystem mal ganz schnell den Buchstaben A aus. So, da haben wir das Ding, wir besitzen ihn noch nicht, Zielklasse ist R900. Gut, das Ding wird mir alles zu viel kosten, schauen wir mal, ob es da vielleicht ein richtig schickes Design gibt, ansonsten würde ich ihn einfach so stock lassen, aber ein bisschen was verändern müssen wir schon. Schauen wir mal, was die Force Reserver hergeben, ähm, finde ich gar nicht mal so, finde ich geil, hat der bitte was? Hat auch was, jawoll, mit so, mit so, rrrr, okay, der hat auch was, die haben alle ein bisschen was, gefällt mir, lad mal hin hier, ich will mal weiterglotzen, was ist da noch so alles schönes, gibt es mir, ne, ne, oh, la blöde Couleur, dieser Farbverlauf ist natürlich auch was schönes, CR Atom, Orange ist immer gut, Biddle Glossy hier ist auch nicht schlecht, aber irgendwie so ganz am Anfang, das hat es mir irgendwie angetan. Dieses Rot gefällt mir, gefällt mir, Rot ist immer gut, können wir drum rum gehen, können wir nicht drum rum gehen, wir können nicht drum rum gehen, ist aber kein Problem, den kaufen wir uns mal ganz schnell, 170.000 Öcken für dieses Biest, ja, da ist jeder Cent wert. Wir werden das heute mal wieder anders machen, wir werden jetzt heute, wie gesagt, in dieser Ausgabe nur das Auto uns aufbauen. Hat bitte von vorn was, Entschuldigung. Ja, wir werden gleich mal holen, was Olga allgemein zu dem Wagen noch zu sagen hat, danach werden wir, das sieht echt aus wie ein Formel 1 Wagen, kannst du sagen, was du willst. Gehen wir erstmal im Forsa Vista, hier vorne haben wir unsere LED-Leuchten, die kann man sogar anmachen, himmel war der Unterschied. Gehen wir, können wir hier, wir können ja hoffentlich hier irgendwo in den Motor reinklotzen. Wie viel Motor ist da nicht? Ist da wohl so ein V8 runter, ist da nichts Großes? Gut, da müssen wir wohl oder übel, lassen wir erstmal Olga quatschen hier. Ohne Dach, Fenster oder Türen gilt der Atom als Inbegriff des Minimalismus in der Automobilwelt. Das elegante Exoskelett ist ein Meisterwerk der Technik, da es mit seiner ultraleichten Bauweise sowohl Leistung als auch Nervenkitzel verspricht. Einiges hat sich zwar verändert, seit die Entwicklung des Atom 2001 als Studentenprojekt begann, doch eines ist immer gleich geblieben, die Schlichtheit. Dank des freiliegenden röhrenartigen Chassis fährt der Atom Rekordgeschwindigkeiten. So stellte er beispielsweise den Rekord als schnellster Indoor-Sportwagen im National Exhibition Center in Birmingham auf und hielt ebenfalls den Rekord bei den Powerlabs von Top Gear. Die Herstellerfirma Ariel hält ebenfalls viel von Schlichtheit. Sie beschäftigt nur sieben Mitarbeiter. Mit seinem reduzierten, simplen Rahmengestell und einem kraftvollen 3-Liter-Achtzylinder-Motor bietet der Atom das Nonplusultra an echtem, unverfälschtem Fahrspaß. Da hat sie recht. Also für mich war, was habe ich jetzt gelernt? Sieben Mitarbeiter gerade mal bei Ariel. Das hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich echt nicht gedacht. Ich dachte wirklich, da arbeitet auch so eine kleine Manufaktur, sowas wie Wiesmann. Werfen wir an das Ding. Oha. Oh mein Gott. Also da würde ich nicht draußen rumfahren wollen, wenn sie bitte frisch ist, so wie aktuell bei uns noch. Weil ich glaube, da holst du dir ganz schnell eine Erkältung. Ich kann es aber nicht glauben, dass man in den Motor nicht reinglotzen kann. Man sieht den V8, man sieht ihn. Da ist er quer eingebaut. Hier seht ihr, da, 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 da geht der Krümmer weg. Man kommt aber nicht ran. Man kommt nicht ran an das Ding. Gut, was machen wir mit dem Auto? Ganz einfach. Wir werden den Wagen erstmal Probe fahren. Erstmal Probe fahren, um zu gucken, wie er sich überhaupt verhält. Wie er sich fährt. Und dann, das Ding machen wir natürlich auf Long Beach, auf den West Coast. Der hat mir so ganz gut gefallen. Und danach schrauben wir systematisch ein bisschen dran rum. Leichter und Leistung würde ich nicht machen. Müssen wir mal gucken. Weil ich glaube, der Eimer, der ist stark genug. Also ich denke mal, wir werden hier sehr viel beim Handling, bei der Traktion ein bisschen anpacken müssen. Reifen, Felgen, Fahrwerk, irgendwie so die Richtung würde ich gehen wollen. Aber wir müssen erstmal schauen, was die erste Proberunde uns jetzt gleich hier offenbart. Ob wir vielleicht ein Auto haben, was ganz gut geht. Noch ein Soundcheck von außen. Guckt euch die Farbe an. Guckt euch die... Da, 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 da. Seht ihr das? Also für ein V8 dreht das Ding verdammt schnell nach oben. Vom Klang her geht es irgendwie Richtung Moped. Okay, hier musst du wach sein. Hast du keinen Kaffee getrunken? Und Hinterreifen kommen quer, wenn wir es wollen. Auch im dritten Gang ist es gar kein Problem, die Hinterreifen ein bisschen zum Driften zu bewegen. Aber ich glaube, wir haben den falschen Kurs uns rausgesucht. Aber hier wissen wir zumindest schon mal... Also die Vorderachse wird auch verdammt leicht irgendwie, wenn du aufs Gas gehst. Schaltvergänge, sauschnell. Das Ding ist ein Biest. Okay, ich glaube, der geht damit jetzt weg. Okay. Liebe Leute, das ist A, die falsche Strecke. Und B, ein richtig krankes Auto. Ein richtig krankes Auto. Gut, was machen wir? Wir wissen, Hinterreifen, das Ding kommt mit einem Heck. Und das nicht ohne. Ich meine, wir haben den Motor auf dem Heck. Vorne ist nichts, außer unsere Stinkefüße. Vorne ist sonst gar nichts. Würde ich mal sagen, wir packen erstmal richtig gute Reifen drauf. Wir schauen aber trotzdem mal in die Spoilerabteilung rein, was es denn hier so gibt. Von Ariel. Ja, genau. Das hättet ihr gerne. Ne, 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 ne. Das Frontding bleibt auf jeden Fall drauf. Genauso wie der Heckflügel. Der bleibt auch drauf. Also den nehme ich auf gar keinen Fall runter. Auf gar keinen Fall. Viele werden jetzt sagen, Tom, mach doch einfach hier... Man kann die Reifen nicht breiter machen. Da, schau her. Mach doch einfach Allradantrieb. Kann man machen, muss man aber nicht. So. Machen wir hier ein bisschen... Da holen wir auf jeden Fall ein bisschen was raus. Wir machen einen Dragreifen drauf. Also keine Dragreifen. Schon so ein bisschen Dragreifen. So Reifen, Run Reifen, ne. Wir können aber in den Felgen mal schauen, dass wir vielleicht die ganze Hütte ein bisschen leichter machen. Indem wir so Importfelgen drauf machen. Ruhig in Gold. Das passt nämlich ganz gut dazu. Plus neun Kilo. Gut. Hier Felgen zu finden, die leichter sind, wird wohl... Wird gar nicht mal so einfach werden, wie ich das jetzt hier sehe. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Aber klar, irgendwoher muss ja das Leichtgewicht herkommen. Die gefallen mir irgendwie. Fixe. Baba. Ja. Machen wir mal weiter. Was ist das hier? König ist nicht schlecht. Oh, oh, oh. Der König Felgen. In Gülden. In Gülden und ein Kilo leichter. Machen wir. Da sind wir bei 8,80 angekommen. Schauen wir mal. Ähm, ich würde sie nicht größer machen. Mal gucken, wie es aussieht. Ne, das sieht aus wie 1 vielleicht auf der Hinterachse mehr. Machen wir auf der Hinterachse 1 größer. Verlieren wir wieder an Gewicht, ne. Legen wir wieder ein Kilo zu, sind wir wieder bei 650 Kilo. Würde ich aber hinten mal machen. Vielleicht sogar vorn. Weil, ähm, ihr wisst, das habe ich euch das letzte Mal gesagt, dass, äh, wenn viel Gummi auf der Felge ist, dass wir dann, dass dieser Wobbel-Wobbel-Effekt eintritt. Gut, ne, Gummi bewegt sich in Kurven, links, rechts. Und dem wollen wir einfach ein bisschen entgegenwirken. Ähm, ha, Fahrwerk können wir gar nicht einstellen. Bremsanlage machen wir eine große drunter. Also, ich will wirklich vermeiden, dass wir hier irgendwie, im Käfig nochmal drumrum. Hm, 9 Kilo drauf. Sieht schon scheiße aus, ne. Kann man nicht sagen hier. Was haben wir denn hier? 2,9. Oh, guckt euch die, die Querbeständigung bei 193 an. 1,72. Das ist Wahnsinn. Also, solche Zahlen habe ich noch nie gesehen. So, schauen wir mal. Bremsweg, ob sich da was ändert. 24,3 zu 24,1. Wird alles ein bisschen stabiler, würde ich mal sagen. Machen wir nochmal hier. Das Handling geht hoch. Minimal, minimal. Gut, den machen wir mal rein. Den machen wir mal rein. Wenn sich der Tom überschlägt, dann haue ich mir auf keinen Fall mein Köpfchen ein. Ähm, Leistung. Pah. Vielleicht ein bisschen was für einen Sound, aber... Ihr seht schon, ne. Ja, wir machen hier gar nicht viel auf Leistung und so. Und Evo und Versehen haben wir sowieso alles drin. Ich will alles reinmachen, außer Hubraum, weil ich möchte ungern mehr Drehmoment haben. Also, richtig viel Drehmoment. Rennkolben sind 9,02. Okay, passt mal auf. Machen wir Rennkolben. Machen dafür Kraftstoffanlage 1 runter. Ihr wollt mich doch tollen, oder? Ähm, machen Luftfilter. Raus. Hm. Rennkolben raus. Okay. Du hast echt nicht viel Möglichkeiten. Du hast nicht viel Möglichkeiten. Ich glaube, den Eimer können wir jetzt so lassen, wie er ist. Gut, man könnte die Reifen schlechter machen. Möchte ich aber nicht. Nein, 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 nein. Ich bin doch gar nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig. Wieder rin. Wieder rin. Weil jetzt kommt nämlich das Wichtige. Nämlich die ganze Setup-Arbeit. Jetzt wird das Ganze auf jeden Fall mal interessant. Wir schauen mal, was wir hier einstellen können. Wir machen erstmal hier, das ist jetzt erstmal Standardkost. 2, 1, 2, 3, 4, 5. Hinten fahren wir 2, 7 ungefähr. Schauen wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Übersetzung lassen wir gleich. Sturz haben wir relativ viel. Ich würde hinten, ähm, vorn zum Einlenken und hinten auch ein bisschen, dass das Heck stabiler wird. Den Nachlauf vielleicht ein bisschen erhöhen. 5, 3 sollte eigentlich ausreichen. Gut, wir haben Stappis drin. Dann machen wir das Heck noch ein bisschen träger. Vorderachse lasse ich erstmal so. Gut, der ist hochgelegt ohne Ende. Wir machen die Federn hinten noch ein bisschen weicher. Einmal ein bisschen, ähm, Dämpfung. Lass mal klotzen. Machen wir hinten auch ein bisschen weicher. Mir geht das mal rein ums Heck. Mir geht das mal rein ums Heck. Sechseinhalb. Die Hälfte machen wir 4,7. Das ist okay. Das lassen wir gleich. Bremsdruck lassen wir gleich. Sperrtiv machen wir ein bisschen runter. Das ist nämlich auch, das habe ich von euch gelernt. Wenn man das zu hoch einstellt. Ah, Verzögerung. Wir können natürlich mal ein Sperrtiv einbauen. Wenn man das zu hoch einstellt, kann es auch ganz gut sein, dass du ein mitlenkendes Heck hast. Was wir auf jeden Fall vermeiden wollen. Gut. Wir gehen wieder auf unsere Teststrecke, nämlich Long Beach. Und da fahren wir jetzt mal den Full Circuit. Bin aber gespannt, ob wir hier in der Rekordzahl von 30 Minuten ungefähr ein Setup hinbekommen, wo wir uns dann später im Let's Play, ähm, also bei den normalen Rennen nicht erst noch hinsetzen müssen. Hä, wie fühlt sich das an? Ich werde übrigens auch die nächsten Ausgaben ein bisschen damit gestalten, dass wir immer die Klassenrennen machen. Also DEE, einfach mal so ein Rennen, äh, so ein Auto nehmen, was wir vielleicht schon haben. Ansonsten suchen wir uns einfach irgendetwas aus. Gut, wenn ihr auf den Luftfilter höre ich aktuell nicht viel, machen wir nochmal ein kleines Glotzi-Glotzi, was den Käfig angeht. Ja, ich fühle mich sicherer. Ich fühle mich sicherer. Doch, man hört ein bisschen was, ne? Ja, ein bisschen kraftvoller hört er sich an. Wow. Dann werden wir mit dem Ding einfach mal... Gut, erstmal kurz dran gewöhnen. Das ist echt ein Auto, hier kannst du nicht viel, nicht viel reden. Vom Gefühl her beim Anbremsen deutlich stabiler geworden. Man merkt, dass das Hecke bitte Träger geworden ist auch. Also der Klang macht süchtig bei dem Ding. Und wenn ich sehe, wie spät wir hier einlenken können. Genau, so muss es sein, so muss es sein. Hecke schön stabil beim Bremsen. Bremsverlangs passt also. Schön stabil, schön stabil, schön stabil. Du kannst ihn ganz leicht im Drift halten. Guckt euch das an, wie der die Tacho-Scheibe weghaut. Wahnsinn, 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 das Ding. Ne, auch schön stabil beim Anbremsen. Das würde nicht ever ein Setup sein, was auf Anfang... von Anfang an funktioniert. Leute, ich liebe diese Strecke einfach. Da gehen wir gerade selber mit dem Mofen. So, wir schauen uns gleich mal die Reifentemperatur an. Wo sind wir denn da aktuell? 2,3. Die Hinterachse ist minimal zu warm. Okay, dann können wir gleich mal entgegenwirken. Weil so zwischen 2,3 und 2,35 sollte der Luftdruck liegen. Also hinten lassen wir ein bisschen was raus. Okay, das stellen wir gleich mal ein. Weil das ist jetzt... Das ist eigentlich schon Feintuning, was wir machen. Wir lassen vorn mal... Ne, hinten 0,3 Bar raus. Und gucken, wie sich jetzt die Hinterreifen verhalten. Das ist völlig normal, dass wir... Dass wir auf der Hinterachse ein bisschen mehr Traktion haben. Weil der Eimer halt verdammt mit dem Heck mit lenkt. Wir sollten aber auch mit der Variante... Ihr seht doch schon, 2,38 jetzt nur noch. Das heißt, wir sind auf dem richtigen Weg. Guckt euch die Bremsscheibe vorn links an, Leute. Geile Sache. Open Wheeler hier. Schönes Drift Car. Schönes Drift Car. 2,39. Jawohl, ja. Okay, der geht er weg. Gut, irgendwo sind halt dann doch die Grenzen. Okay, wir sind auf der richtigen Richtung. Das heißt, wir lassen hinten noch mehr Luft raus. 4 Ticks habe ich jetzt mal gemacht. Schauen wir mal. Weiter. Können wir auch mal mit dem dritten Gang anfangen. Oh, oh, ganz ruhig. Erstmal die Reifen wieder abkühlen lassen. Gut, genug Schonfrist für die hinteren Dinge. Häck ist gleich ein bisschen stabiler. 2,45. Okay, durch das rumgeslide ist das kein Wunder. Ich habe das Gefühl, das Handling auf der Hinterachse ist noch ein bisschen stabiler geworden. Was ja auch logisch ist, wenn man die Luft im Bild rauslässt. Nicht extrem, nicht auf Platten fahren. Aber, also ihr merkt, bei dem zweiten Gang ist kein Schlupf mehr da. 2,37 aktuell. 2,36. Das heißt, wir sind fast im optimalen Bereich. 2,35. So, jetzt sind wir an der oberen Grenze. Vielleicht können wir noch bitte was rauslassen. Gut, hier könnte ich mir den ersten Gang eigentlich sparen. Wahnsinn, wie der um die Ecken geht. Also sowas von agil habe ich selten erlebt. Klar, Leichtgewicht, fetter Motor. Ist nicht mal Pflicht. Das Ding würde genauso gut auch mit 100 PS um die Ecke gehen. Okay, das war also bitte zu viel des Guten. Gut, wir lassen mal hinten noch ein bisschen Luft raus. Und danach schauen wir uns mal, wie die Temperaturverteilung ist an. Ich habe, machen wir nochmal vier Ticks runter. Also wie die Temperaturverteilung auf dem Reifen ist. Schauen wir mal. Und zum Schluss probieren wir vielleicht auch nochmal eine andere Strecke aus, nur um sicher zu gehen. Wir sehen jetzt hier die Temperaturen purzeln. Und er wird noch fahrbarer auf der Hinterachse. Das Slider ist noch weniger geworden. Außer natürlich legst du es drauf an, das ist klar. Aber so muss ein Auto sein. Wenn ich das will, dass er rumkommen soll, dann soll er es gefälligst auch machen. So, jetzt sollten wir von den Temperaturen her in den ganz gesunden Bereich runtergehen. Oder vom Luftdruck her. Die Temperaturen sind natürlich abhängig von der Reifenmischung auch ein bisschen mit. Das heißt, ein Straßenreifen bei 110 Grad, der löst sich auf. Ein Rennreifen kommt da mal erst ins richtige Arbeiten rein. Ist auch gut, dass wir uns nur um den Schwachpunkt gekümmert haben, nämlich um die Hinterachse. Weil die Vorderachse funktioniert. Ah, ich dachte ich schaffe es nicht mehr. Okay, was haben wir denn noch? Schauen wir uns mal die Verteilung an. Da können wir nämlich prüfen, wie der Sturz denn aktuell ist. Aber Forsa 5 typisch sehen wir da keine großen Unterschiede zwischen innen und außen. Was meiner Meinung nach gerade bei 2 Grad Sturz auf der Vorderachse überhaupt nicht sein kann. Ja, es ist exakt das gleiche fast. Das spielt sich hier im 0,1 Bereich ab. Meistens sieht man es echt, wenn die Reifen ins Rutschen kommen. Wenn der Sturz nicht stimmt. Ich lasse es ja auch mal in den zweiten Gang drin. Schön, schön, schön. Okay, das sieht auch ganz gut aus. Probieren wir einfach mal eine, zwei fliegende Runden und dann probieren wir nochmal eine andere Forsa aus. Nur um sicher zu gehen, ob das Ding auch auf anderen Strecken funktioniert, was wir hier zusammengeschraubt haben. Wahnsinn, das Mikro ist nicht aus, liebe Leute. Ich konzentriere mich nur extrem. Weil hier ist vorbei mit Kekse essen nebenbei. Hier musst du wach sein. Wir könnten vielleicht, aber nur vielleicht, die Vorderachse ein total mehr Vorspor geben, um das Ding vielleicht noch ein bisschen präziser in die Kurve lenken zu können. Schauen wir mal, machen wir mal die Ausrichtung und ein total mehr, dass wir den Sturz an sich nicht korrigieren, sondern einfach nur vielleicht so. Wir können auch mal hinten nochmal probieren. Ein bisschen was mehr. Wir werden sehen, ob sich das Ganze jetzt negativ verhalten wird oder nicht. Gut, die Dämpfer würde ich so lassen. Die Spälder sind nicht einstellbar, okay. Differenzial. Lassen wir mal auf 20. Das ist okay, das ist okay. Ein bisschen quer darf er ja gehen. Habe ich überhaupt nichts gegen. So, schauen wir mal, ob sich jetzt irgendwas ins Negative verändert. Da auch ruhig erstmal ein, zwei Kurven Zeit lassen, bevor man sich eine Meinung bildet. Also vom ersten Gefühl her können wir die Kurven in der Ecke enger nehmen. Naja, man würde mit mir hier eine Runde im Aerial Atom drehen wollen. Ohne Helm. Nur mit Fliegerbrille. Okay, sowas darf ich mir dann später im Rennen nicht erlauben. Das Ding einmal probieren quer zu halten. Jawohl. Und ich denke mal, so dieses Format, vielleicht funktioniert das auch mit euch zusammen so ein bisschen. Weil so kann ich mich auch in aller Ruhe und ihr seid live dabei an das Auto gewöhnen. Weil viele haben dieses ganze Schrauberei vermisst. Und genau den Leuten, die richtig heiß auf das Zeug sind, denen widme ich jetzt hier einfach mal so eine eigene Folge. Das Ding geht wie Schmitz-Katze ums Eck jetzt. Richtig geiles Gefühl. Richtig geiler Kurs. Super geiler Kurs hier. Keiner Gasstoß, das Heck lenkt ein. Wahnsinn, das Ding. Wahnsinn. Also Aerial, ihr seid echt krank im Kopf. Das ist aber wieder so eine Suchtkarre hier. Andereinhalb Sekunden gefunden. Das ist auf jeden Fall ein richtig gutes Zeichen, dass unser Setup wie ein bisschen funktioniert. So, wir testen das Ganze jetzt mal noch auf einer anderen Strecke. Ganz kurz von außen mal horchen. Gut, aber das ist echt ein Ding, da muss ich drin sitzen. Weil so viel, wie hier die Hinterachse mit lenkt, das kann ich so rein vom Visuellen, wie es der Lukas macht, kriege ich das nicht gebacken. Aber ich hätte nicht gedacht, ich meine, wir haben ja... Was leuchtet denn da hinten? Ist das ein Bremslicht, das kleine Ding da? Nö, was ist das da? Die rote Lampe, Motor, muss zum Ölwechsel. Wie es der Lukas macht, das ist nichts für mich. Das ist nichts für mich, da bin ich einfach zu sehr Cockpit gewohnt. Ich bin immer Cockpit gefahren und das wird sich auch nicht ändern. So, wir testen das Ganze jetzt nochmal auf den Catalonia-Club-Kurs. Da haben wir dieses DSS, dieses Geschlängler am Anfang drin. Und da werden wir dann nochmal sehen, wie da sich das Ding mit Lastwechseln verhält. Ob wir da irgendwie ein Unter-Über- oder was für ein Steuern drin haben. Weil dann kann ich nämlich nicht mehr sagen, dass ich das Ding nur auf einem Kurs abgestimmt habe. Das ist einfach falsch dann. So, school circuit, lass mir überlegen. Diesen möchte ich ja mitnehmen. Genau dieser ist es, glaube ich, so national. Schauen wir einfach mal. Fahren wir mal den noch, nur um sicherzustellen, dass das Ding ja auch funktioniert. Gut, das heißt natürlich nicht, dass das Ding auf Prag geht, Silverstone geht, dass er in Spar funktioniert. Aber zumindest sind wir auf der sicheren Seite, dass das Ding auf zwei von, wie viele Kurse haben wir insgesamt? Fünf oder so. Dass es da auf jeden Fall funktioniert. Und wir haben eine Lackierung von der Community. Wir haben Aftermarket Reels. Liebe Leutchen, in der passenden Farbe. Wir haben eine richtig geile Lackierung. Habe ich schon erwähnt, ne? Wir haben ein Setup drauf. Und ihr wart live dabei, wie das Ganze hier entstanden ist. So, schauen wir mal, wie der einmal hier funktioniert. Die Scheibe hier vorn, die kann wegen mir auch weg sein. Weil das ist ja eh ein Witz, das Ding. Gut, die Reifen brauchen wir erst wieder ein bisschen, bis sie ins Arbeiten kommen. Wissen wir ja. Das heißt, jetzt mal ganz in Ruhe das Ding warm fahren. Aber das wundert mich schon extrem, wie die das gemacht haben. Diesen Motor auf der Hinterachse zu lagern. Und trotzdem ist er fahrbar. Also ich beschleunige jede Kurve voll raus, ne? Wieder voll drauf. Aber ihr seht es ja selber an den blauen Balken, in der rechten Ecke, wie viel Gas ich gebe. Und genau so muss ein Auto meiner Meinung nach sein. Du musst es mit dem Gasfuß lenken können. Wenn ich will, dass das Ding enger um die Kurve geht, dann gebe ich mir mehr Gas, dass es Hacke ein bisschen mit einlenkt. Ne, fährt sich gut. Ja, der giert ja richtig nach innen hier. Der hätte ich ja voll auf dem Gas draufbleiben können. Über 10.000 Umdrehungen. Und der greicht fast zusammen. Über 2,60 auf der Ohr. Wollen wir mal gucken, ob wir die Kuh wieder fliegen lassen hier. Also einmal vom Gas kurz runter. Und der geht sofort Richtung Apex, also Kurveninneres hier. Wahnsinn. Du hast ein schönes Gefühl. Du hast einen schönen Popometer. Das Auto, das verkünstelt sich nicht. Das heißt, das spielt dir nichts vor. Okay, das war jetzt bitte zu viel. Das ist gut. Du kannst ihn auch schön anstellen. Links, rechts gelenkt. Und schon ist er sofort dabei. Den haben wir jetzt so abgestimmt, dass der eher Richtung Untersteuern geht, wenn wir es zu spät krachen lassen hier. Hier habe ich echt nicht die Eier in der Hose. Man kann hier draufbleiben. Das wird man packen. 1 Minute 20. Alter Schwede, ist das geil, das Ding. Okay, vielleicht war es doch die richtige Wahl von euch, dass wir den Radical und nicht den Atem und nicht den Radical genommen haben. Das Ding verleitet schon extrem zum Querfahren. Und du brauchst gar keine Handbremse, um es ihn quer zu schmeißen. Der verzeiht auch relativ viel. Finde ich auch ganz cool. Hier sieht das Mann. Der fängt an, über die Vorderachse zu schieben. Wenn ich nichts zu sage, übertreibe geht alles nur über die Vorderachse. Wir wissen ja, Untersteuern ist immer fahrbarer als übersteuern. Als zumindest kontrollierbarer. Geht, geht das Ding hier. Gut, also hier geht er auch. Wahnsinn, das Teil. Wahnsinn. Gut, von außen kann ich es nach wie vor nicht. Liebe Leutchen, ich würde mal sagen, hier an dieser Stelle... Ihr wollt noch eine Runde? Okay. Okay. Schauen wir nochmal. Wo können wir denn das... Ja, Design-Liken sowieso. Geiles Ding. Mehr davon. Super geiles Ding. Ein richtig krasses Auto. Richtig krasses Auto. Wo kann man denn noch fahren? Was ist denn die gute Strecke Laguna Sega? Können wir mal probieren. Ein, zwei Runden noch, aber dann ist wirklich Schluss. Dann ist wirklich Schluss. Ne, Laguna Sega probieren wir mal noch. Ist auch ein schöner Fahrerkurs. Weil du hast ja durch die Corkscrew runter. Da können wir da auch nochmal gucken, dass er nicht zu tief ist. Ich meine, das Fahrwerk ist maximal hochgeschraubt auf 10 cm. Ich würde den aber gar nicht tiefer legen. Weil die Federbeine brauchen ja auch Weg zum Arbeiten. Wenn du denen keinen Weg gibst zum Arbeiten, wo sollen sie dann... Wie sollen sie ihre Arbeit verrichten? Kannst du nicht die Bude auf Block legen und hoffen, dass du dann eine komfortable Federung hast, den Kurven. Das kannst du knicken. So, machen wir hier noch eine Runde. Und dann... Weil hier haben wir auch einige Kurven drin, wie die zum Beispiel. Da wird er auch leicht. Und der Kurs hat nicht ganz so viel Traktion. Wir wissen hier Sand und so. Ich finde es so genial, wie die Bremsscheiben langsam blühen. Da darfst du nicht lange 10 Nägel haben hier. Die werden gleich weggeschmort. Wahnsinn. Also ihr seht es selber. Ihr seht es selber, wie farbbar das Ding ist. Und ich glaube, das ist auch eine ganz gute Lektion für mich. Dass ich mir einfach mal... Weil ich weiß ja, wenn ich Videos aufnehme und dabei unter Umständen auch nicht vergesse, das Mikro anzumachen, dann gebe ich mir besonders viel Mühe. Und vielleicht ist es beim Setup machen auch gar nicht mal so falsch, wenn ihr da mit dabei seid. Weil so habe ich immer das Gefühl, dass ihr mir aktuell über die Schultern schaut. Und da gebe ich mir einfach nochmal ein bisschen mehr Mühe. Und vielleicht lernte auch der ein oder andere da noch was davon. So, dabei. So, eine Runde machen wir noch, aber dann ist wirklich Schulz hier. Also, ich weiß noch bis wohin ich fahre. Voll auf den Gas, flat out. Kein Verrutschen von der Hinterachse. Wir müssen mal schauen, ob das sehr spätige Bremse mir später in den ganzen Rennen zu verhängnis wird. Hier, Falle kann er einfach rausbeschleunigen. So, unfahrbar. Und wie gesagt, wir haben ja kein Allrad verbaut, liebe Leutchen. Das ist ein reiner Hacktriebler. Will ich gar nicht haben auf Allrad. Ich werde auch noch bitte gefordert werden als Fahrer. Wenn ich alles auf Allrad umbaue, ich meine, wie soll ich es dann lernen? Wahnsinn, Wahnsinn hier. Gut. Das Ding gefällt mir hier ein bisschen. Drehen wir mal rum den Eimer. Liebe Leutchen, mit diesem wunderschönen kleinen Abschlussbild von unserem Ariel Atom hier. Guckt euch die Farbe an. Wirklich sehr schön lackiert. Ich weiß, das ist am Ende bloß eine Standardfarbe. Ist mir Jacke wie Hose, hat sich auf jeden Fall Mühe gegeben, der Kollege. Ich bedanke mich für's Zuschauen. Ich hoffe, diese kleine Tuning-Folge zum Thema Ariel Atom Build-Up V8 Monster hier hat ja bitte Spaß gemacht. Vielleicht konntest du noch ein bisschen was lernen. Vielleicht schraubst du an deinem eigenen Atom noch ein bisschen rum. Das können wir mal in die Kommentare schreiben, wer mit dem Auto schon ein bisschen Erfahrung gesammelt hat. Lasst es mich wissen, welches Setup habt ihr gemacht? Für was habt ihr euch entschieden beim Tuning? Seid ihr ähnliche Schritte gegangen wie ich? Wo habt ihr vielleicht was anders gemacht als ich? Also, da habt ihr mich in die Kommentare und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wir machen mit dem Atom alles platt oder wir fahren Klassenrennen. Also, bis dennne. Ich bin raus. Ciao, ciao. Euer Tom. Da, das war's. Untertitelung des ZDF, 2020